So, drei Tage Sicherheitskonferenz sind zu Ende. Viele Gespräche, was waren die Themen? Natürlich zum einen die Ukraine, die ganze Problematik, Waffenlieferungen. Ja, nein, die geht jetzt weiter in den Krieg. Natürlich war auch Thema die Frage Beziehungen China und Amerika. Die hat ja der Vertreter des chinesischen Bundesministeriums einige Krisen an den Tag gelegt. Ja, ich hatte viele Gespräche bei dieser Runde hier. Vor allen Dingen spannend war das Gespräch mit dem ukrainischen Vizepräsidenten aus dem Kosovo. Hier ging es um die Frage, wie geht es aus dem Balkan weiter und, und, und. Ganz, ganz viele Gespräche, natürlich auch den einen oder anderen Kollegen aus dem Bundestag hier getroffen. In diesem Sinne, für das Wochenende, jetzt geht es noch nach Hause und warte die Druckssitzung auf mich. Bis zum nächsten Mal.